Ein herzliches Willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Ich fange mit Delta Force Hawk Ops an. Ich habe jetzt schon das Spiel sehr lange gespielt, seitdem es draußen ist. Und ich fand das richtig nice, vor allem in der Extraction Mode. Und ich dachte, ich spiele jetzt mal hier den Chaotischen Krieg, nennt sich das. Ja, das ist quasi so Battlefield-COD-Modus, wenn man das so sagen kann. Wir spielen ein Ranglisten-Match. Genau, ich spiele immer Hell. Das ändert sich aber vielleicht nochmal. Ja, das Game ist nämlich in einer Alpha, Closed Alpha. Und ich hatte das Glück, tatsächlich von Tag 1 an mit dabei zu sein. Und ich dachte mir einfach mal, ja, nehme ich das mal auf. Ich habe das jetzt so lange schon gespielt. Und ja, ihr seht das ja auch schon. Genau, L-A-V-A-A, okay. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft mit der Aufnahme. Ich habe gerade einen Grafikkartentreiber aktualisiert. So. Ähm, ich bin kein Profi da drin. Ich habe es jetzt auch eher seit vier Tagen nicht mehr gespielt. Zu meiner Schande muss ich das leider gestehen. Ähm. Aber. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die, äh, Fahrzeuge ziemlich overpowered waren. Hier zum Beispiel. So. Guck mal, hier machen sie kaum Damage, aber dann so mit der Zeit. Genau. Oh, shit. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt. Okay, gut. Ist da noch er hier? Alter. Killfarming. Wow. Dahinter ist noch einer, ne? Da, guck mal, guck mal. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja, genau. Weg damit. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Shit. Shit, 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 shit. An der Seite ist ja noch einer. Junge, Alter. Weg, weg, weg. Oh, Alter, das ist, ich sag ja, Fahrzeuge sind wirklich richtig krass. Ja, Fahrzeuge. Das hab ich aber mit den Panzern auch schon gemeint. Und dann gleichzeitig noch Artillerie oder so. Das ist mega. Einfach immer so erwischen. Nur die Frage, oh, Gott. Toll. Ah, guck mal. Weg. Na, wer noch? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh. Nein, 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 nein. Oh, shit. Geh reparieren. Wow, 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 wow. Nein, 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 nicht, nicht, nicht. Oh, scheiße. Bitte, bitte, bitte. Oh, fuck. Ja, gut. Jedes, jedes gute Ding muss mal. Ah, guck mal, 16 Kills. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, spawnen wir mal normal rein. Ähm, ach so, genau. Das ist mein aktuelles Loadout. Oh, shit, shit, shit. Genau, und ich kann hier halt, ich hab ne Healungsfähigkeit. Das ist so ne Healpistole. Der ist, das blaue, die sind in meiner Crew, in meinem Team quasi. Und ich hab verschiedene Abilities. Zum Beispiel einmal so ne, hier so ne Nebeldrohnen. Danke, dass er jetzt einfach übersprungen hat. Perfekt. Und, ähm, ich hab da noch einmal normale, so ne normale Nebelgranate. Oh, scheiße, da kommt man nicht hin. Ich geh mal auf Semi. Wow, 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 wow. Sowas ist halt ein bisschen blöd. Da kann ich hier zum Beispiel jetzt die Granate werfen und den einfach reviven. Das ist halt einfach simple Shooter-Mechaniken. Also, ich muss dazu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, ich hab, okay. Ich hab vergessen, dass ich auf Semi war. Ähm, ich muss dazu sagen, das Game, ich find die Idee echt cool. Ähm, das einzige Problem, was ich hier denn sehe, ich habe schon ein paar Cheater erwischt. Oder teilweise auch ein paar Probleme. Ähm, dann konnten die manchmal durch Wände schießen zum Beispiel oder so. Das war aber so eher Netcode-mäßig basiert. Ähm, das... Ein Problem, was ich... Oh Gott, man kann sich zum Glück selbst teilen. Okay, perfekt. Ähm, ein Problem, was ich auch noch gesehen habe, war... Also, das ist wie bei X-Defiants. Zum Beispiel, jemand ist hinter der Wand schon, aber bei den anderen ist man nicht hinter der Wand. Und das ist hier teilweise genau dasselbe Problem. Nicht so schlimm wie in X-Defiants. Ähm, aber manchmal spürt man das. Ein anderes Problem ist, dass es hier auch Cheater gibt. Nicht viele, überhaupt nicht viele, vor allem im Run-Match nicht. Aber, ähm... Oder beim Panzer hab ich ja nicht gesehen. Aber es gibt vereinzelt, ähm, solche Leute, weil das Ding hat keinen Easy-Anti-Cheat oder so. Ähm, naja, ich will jetzt aber auch gar nicht weiter umgehen. Genau, das ist hier halt einfach Capture the Flag. Wir können uns bis nach da hinten zurückziehen. Oh. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Okay, lieber doch kein Vergleich ziehen. Oh, 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 oh. Von wo, von wo, von wo, von wo, von wo. Genau, es gibt diese Aufklärungspfeile, sind das. Oh Gott, 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 Gott. Ey, das Spiel werde ich übrigens, denke ich mal, heute Abend streamen. Heute Abend, heute ist der, wo ich zum Zeitpunkt aufnahm ist, der 19.8. Ähm, ich überlege gerade, aber ich denke mal, ich werde das heute Abend oder spätestens morgen Abend streamen. Ähm, ja, ich habe jetzt auch, ähm, ich wollte mit einem kleinen Projekt anfangen, was so nochmal das ganze Video gestalten angeht. Ah, aber da muss ich leider noch warten. DAL ist schuld. Aber ich werde... Okay, perfekt. Genau, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 5 drücke, da kann ich hier Fahrzeugabwurf... Nehmen wir mal Fahrzeugabwurf. Und... Okay, ich kann kein Panzer, aber ihr versteht, wie das Ganze funktioniert, denke ich mal. Das Problem ist, wir, zum Beispiel ich, die Healer-Klasse, wir haben nichts, wir können nichts gegen Panzer tun, zum Beispiel. Okay, das ist das Problem. Das sehe ich auch aktuell noch, das müssen die mal dringend nachläsern. Ah, shit. Ähm, achso, und das Balancing durch Weapons, zum Beispiel, ist auch noch ein Problem, was ich sehe, weil, ähm... Zum Beispiel ich, ich habe mit meiner AKLs, mache ich sau wenig Damage und habe eine langsame Feuerrate. Das Problem ist auch, dass man die Waffen nur anpassen kann, aber die sind pro Klasse vorgeschrieben. Es gibt hier, glaube ich, noch eine Uzi oder sowas ähnliches, gibt es hier bei der Klasse noch. Aber das war es dann auch schon wieder. Und genau, was ich, das wollte ich noch sagen, man erkennt hier nicht so, wie die Schüsse, also ich finde, zum Beispiel wie in Battlefield, ich, ich sehe, wenn ein Schuss kommt und wenn ich gehittet werde und dann bin ich direkt, da weiß ich direkt wo und, ähm, weiß, wovon er kommt. Ich finde hier Richtung, du siehst es, symbolisch auch, zum Beispiel hier von rechts kommt halt dieses, dieses rote Icon, also nicht Icon, sondern dieser rote Streifen. Das Problem ist, irgendwie, finde, irgendwie realisiert man das ja nicht so. Das, äh, ist dann auch noch was, was ich so, was, oder was mir so aufgefallen ist. Also das Grafik ist mega und der, der Extraction-Mode ist auch mein Lieblingsmodus. Es gibt ja nur zwei, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich zumindest. Es läuft auch stabil, vor allem nach den neuesten Treiber von Nvidia. Hä? Wow! Hä? Ah, ja, sowas, sowas meine ich zum Beispiel, dass, äh, Leute, zum Beispiel um die, hier durch diese, durch diese Ding da schießen oder, oder ist so ein kleiner, winziger Armteil und dann, ja, das ist das, das Problem. Aber das finde ich jetzt gar nicht immer so schlimm. Ich fand das bei X-Defined schlimm, als, äh, als X-Defined in der, ähm, 0. Season war. Also nicht Season 1, sondern Season 0, wow, 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 wow. Und dafür ist es immer gut, Medic kann ich so und dann kann ich ihn healen oder auch nicht. Perfekt. Und ich sehe auch da unten zumindest von, von meinen Kameraden, äh, aus meinem, aus meinem Trupp, ähm, wie die HP sind. So, ich habe mir das, auch by the way, so zurecht konfiguriert, dass, äh, genau, dass, dass die Waffe auch passt. Ähm. Übrigens, ähm, was ich, oh Gott, scheiße. Oh mein, der hat eine Granate reingeworfen hinter uns. Einer unserer Teammates hat eine Granate reingeworfen. Oh mein Gott. Und das Problem, was hier noch dabei ist, ist, dass, ich möchte nicht sagen, ja, ich sage es einfach mal, äh, viele Teammates sind teilweise sehr fragwürdig in ihren Aktionen, im Sinne von, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich, ich spiele nur mit doofen Leuten. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt hier so sagen muss, aber, ähm, zum Beispiel jetzt, warum wirft man eine Granate ein, wenn man revivet zum Beispiel, wisst ihr? So. Gucken wir mal. Hier ist ein Server, okay. Ey, zum Beispiel eher der Typ, ne, der rennt da permanent rein und... Wow. Danke, okay. Ja, oder sowas, dann disconnecten die und dann... Ich sehe auch leider nicht von allen, die, 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 ähm, Heal, äh, anzeigen. Okay, wir gehen rein. Scheiße. Hier ist keiner. Wow, wow, wow. Da zum Beispiel, ich hatte jetzt auf ihn geschossen, ähm, und der zweite hatte halt kein Damage bekommen, sowas. Das sind noch kleine Probleme, aber ich sag mal so, es ist eine Alpha, die closed ist und es läuft deutlich besser als X-Defined. Das muss man einfach so sagen. Finde ich zumindest, ich, ich hab keine Ruckler, ich hab keine, ähm, Texturen-Bugs, da vorne waren welche. Ähm, und ich sag mal so, das Gameplay ist an sich smooth. Das Einzige, was mich stört ist, es kann nur eine Klasse, kann rutschen. Ich kann zum Beispiel nicht rutschen mit der Klasse. Das ist sowas, das stört mich noch ein bisschen. Und manchmal sind die Sounds extrem leise, warum auch immer. Yes. Wow. Okay, der war cool. Heal nochmal. Genau, man kann über die Hälfte der Map gefühlt heal. Boah. Scheiße, okay, shit. Egal. Das ist eine gute Position. Ja, das Problem ist, gegen Panzer kann ich zum Beispiel auch nichts machen. Und die healen nicht sofort. Das ist auch noch was. Die healen, da habt ihr gesehen, ganz schnell. Aber das war's dann auch wieder. Wow, wow, wow. Okay. Ja gut, okay. So, wow. Und so eine Runde dauert schon mal, das finde ich auch toll. Also, es hat irgendwie eine andere Atmosphäre. Ich meine gut, der, ich finde dieses, ich finde das auch toll, dieses, dieses, dieses X, das ist ja so Call of Duty, ähm, eher auf Call of Duty gemacht. Und ich finde das saukool. Und ich finde das saukool. Das liebe ich auch an Call of Duty, aber das ist auch der einzige Grund, warum ich mal Call of Duty gespielt habe, exakt wegen diesem Kreuz. Das fühlt sich halt an, als ob man, als ob man den wirklich, wirklich, äh, ja, hittet. Wisst du, was ich meine? Hier zum Beispiel, guck mal hier, hier kann ich auch viele Support, wow. Ja, das, jetzt, aber jetzt wisst ihr auch, was ich meine mit unbalanceden Fahrzeugen. Das Problem ist, wenn wir jetzt mal hier gucken, wir haben kaum, äh, diese Heavis, die Raketenwerfer haben. Ich glaube, zwei Stück oder so haben wir im Team. Und stellt euch mal vor, dass man jede fünf Minuten Panzer durchschieben kann. Sogar zwei Panzer, vielleicht. Da wisst ihr, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja gut, der da vorne ist. Hm. Ich gehe mal wieder hier rüber. Oder auch nicht, hallo. Okay. Demnächst mache ich mal einen, bitte nicht stören, Modus an. Jetzt habt ihr zum Beispiel gesehen, was ich meine mit diesem Treffer, äh. Oft werden halt einfach meine Treffer nicht erkannt. Und das finde ich ein bisschen schade. Oh Gott, und ich habe immer Panik, wenn ich hier so lang laufe. Ja, oder sowas. Da werden manchmal unsere Teammates, hä? Ist das jetzt, ah ne, das ist ein... Gut, wer, wir sind... Ja, ja. Wir dürfen mal. Schosse, okay. Ey, Auto, Auto. Weiter, 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 weiter. Perfekt. Wow. Ah, genau, sowas gibt es nämlich auch. Nuke, oder eine Nuke ist das, glaube ich. Da sind wir aber wieder beim Problem wegen Balancing zum Beispiel. Ich werde das Game, wie gesagt, auch nochmal heute Abend ausführlicher, äh... Oh, warte mal. Aha. Guck mal. Jetzt. Artillerie. Oh mein Gott. Tschüss. Okay, das ist cool. Ja, ich hatte... Das mit Artillerie hatte ich tatsächlich vorher noch nicht gemacht. Hier kann man auch mega viel Support-Bugte mit dem Healen bekommen. Also... Das muss man auch mal sagen. So, ich gehe zum Beispiel hier wieder auf Auto. Oh mein Gott, perfekt. Der hat sich mitten in... Ja, ja. Das meine ich zum Beispiel. Manchmal stellen sich Leute auch vor dein Sichtfeld einfach und das ist... Ja, kann man nicht ändern. Nur, was mir aufgefallen ist, viele gehen auch einfach... Guckt mal hier zum Beispiel. Das Einzelne zum Beispiel. Oh. Guter Spawnpoint, guter Spawnpoint. Jetzt. Ich wurde aufwärtig erteckt, egal. Was we are thinking. Wow, 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 wow. Ja, sowas meine ich. Es ist nicht... Immer werden Treffer nicht gewertet. Das ist... Oh Gott. Okay. Wow. Was? Ah, Artillerie, okay. Ja stimmt, wir haben kein Dach mehr auf dem Kopf. Ich finde, die Zerstörung ist richtig geil. Also besser als bei Battlefield 2042. Oh geil, kurz Battlefield Wars. Ne, ich mag Battlefield immer noch. Ich spiele es tatsächlich auch noch ab und zu. Aber Battlefield 2042 ist für mich auch so ein bisschen ausgelutscht. Das ist leider so. Und da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Und das Problem ist auch, dass es ja jetzt auch kein Updates mehr hält. Achso, Battlefield. Egal, Sieg. Perfekt. Ein Sieg. Das ist cool. Erste Runde nach vier Tagen, erste Aufnahme und ein Sieg. Ja, als Defense hat man meistens eher so den Nachteil, ist das Problem. Beste Gruppe. Na ja, gucken wir mal. Ui. 30 Kills. 16 Tode. Das ist cool. Ich habe 26 Assists. Und acht habe ich revived. Perfekt. Gut. Wie gesagt, ich würde das für heute für das Video erst mal gelassen. Wie gesagt, heute Abend findet ein Livestream statt auf Twitch und YouTube. Also ein Multistream. Da werde ich auch vielleicht nochmal den Extraction-Modus spielen. Oder ich mache das in einem separaten Video beziehungsweise Livestream. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da ist gerne ein Lacken, ein Abo da. Und dann bis bald. Ciao. 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 Ciao.